Na alle zusammen, Michi ist wieder, Cella, und schau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guard präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir durch eine Story Quest kriegen. Und zwar haben wir hier das Toy Spiegel der Demut. Und ja, das setzen wir jetzt mal ein, schauen uns an und dann erkläre ich euch, wo ihr das herkriegt. Also, wir setzen es mal ein und dann, was macht es? Nehmt die Gestalt eines bußwilligen Manari Ereda an. Und das klicken wir jetzt mal und ihr seht, jetzt bin ich ein Manari Ereda. Also hier einmal in Rot gehalten, habe auch ein bisschen andere Rüstung an. Und ja, die können wir uns ja mittlerweile auch über eine Quest freischalten. Und genau über diese Quest gibt es tatsächlich dieses Spielzeug. Was ist das für eine Quest? Die endet quasi in einem Achievement und zwar Rot 10. Da schalten wir uns diese Vorlage frei, aber da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Die ist relativ kurz, sind vielleicht 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, wenn ihr euch allen einen Story Dialog durchlest. Und mit Patch 10.1.7 gibt es die jetzt für Allianzler. Wenn ihr Max-Level seid, einmal in SW. Und zwar startet die hier in der Burg, etwa bei den Koordinaten 78, 36. Da ist so ein NPC, der hat so ein Ausrufezeichen, also ein Quest-Ausrufezeichen drauf, das so eine Dreiecksform hat und so eine lila Farbe ist. Das hat Blizzard ja ein bisschen umgestellt für so Story-Quests. Und bei der Horde beginnt es in Okremar auf den Koordinaten 71, 44. Wie gesagt, 10 bis maximale Viertelstunde dauert das Ganze. Es sind sehr, sehr viele Dialoge, aber was ihr machen müsst, ist halt basic paar Mobs umhauen, paar Sachen anklicken, Boss töten und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Genau, soweit ist es das. Es gibt da noch zusätzlich einen Händler hier hinten, den ihr freischalten könnt, wo es ein paar T-Mock-Items gibt und noch ein Toy. Aber da muss ich erstmal noch die Materialien zusammensammeln und dann würde ich sagen, zeige ich euch das auch noch. Also hier haben wir den Händler, den schalten wir quasi frei, nachdem wir die Quest-Reihe gemacht haben. Juti, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy-Guard. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.